Es ist Nacht, es ist Nacht. Ich hab 50 Kohle dabei. Ja, ich hab auch 20. Und ich hab extra hier eine Holzkohle gemacht, jetzt ist die weg. Was, wenn du Kohle brauchst? Ich hab noch Kohle. Oh, ich hab mich eingebuddelt. So, wer wollte? Ja, nein, Kohle heißen! Oh mein Gott, ich heiße! Ja, dann komm mal, stück nach hinten. Sag mal, warte. Bäm. Brauchst du noch Kohle? Bin ich nicht geil, ich hab ein Stück Kohle reingehauen. Braucht jemand noch Pilze? Ne. Nein, ich brauch Essen. Ich hab hier 29 Kohle, ich werd jetzt auch mal hier in den Ofen hinklatschen. Hoffentlich finden wir Hunde. Hier gibt's einige Hunde. Und hier gibt's sehr, sehr viele Pferde. Pferde! I love horses. Pferde sind cool. Ich esse hier erstmal Rockflash. Au, hallo! Au! W- hallo! Warum?! Ähm, findest du uns selbst noch wieder? Ja, was? Wo? No! Ja, Jackie. Wo ist Jackie überhaupt? Ja, sie ist tot. I was slain! Bei ihr Sachen. ist er dann hat er zu Prozent wo willst du denn die Küste haben willst du gleich bauen oder wie würdest du es machen jährlich immer mal nicht so arschig Prozent irgendjemand hat meine rechtlichen Schatten aufgenommen bebrossen Hallelu 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 ähm Jackie wenn du zu mir kommst gebe ich dir zumindest mal ein bisschen was ähm das nötigste habe ich ein Steinschwert und zwei Steinschwertsacken also ok wenigstens ist mein Essen jetzt wieder voll ich nicht oh Farben damit ich brauche noch einen Pfahl und hab ein Stück Wolle verkackten Federn braucht man nicht das braucht man nicht nur ein Stück Wolle Wolle ist immer gut ehrlich jetzt nur ein Stück Wolle was soll uns das bringen so zack ne eins näher an Bett genau ja ihr habt alle schon Eisenlachen und ich hab hier gar nichts ne ich hab auch noch keine Eisenlachen und ich hab hier gar nichts macht ihr nichts draus auch nicht ich hab Eisenschuhe der Herr Sachsen hier hat schon Eisenboots Machen wir da aus glaub ich Spitzsacke und so Eisengutsis ja Spitzsacke hab ich auch schon aber ich will erstmal wir wollen ja ein Eisenlachen und dann hab ich da unten ist ne Spinne wo ist ne Spinne ich baue hier jetzt ähm per Faust den Baum ab soll ich dir ne Axt geben man oh oh Zombie wo ist Zombie da hinten da hinten wie macht man ne Schuhe Gott bin ich blut ähm zwei ähm ja mal links und zwei rechts ey ich will mein Eisen wieder haben ja jetzt hab ich wieder was zwei links und zwei rechts ja ähm jetzt hab da ist ne Axt so müssen wir euch verarschen ne jetzt hab ich den Baum fertig abgehackt und du gibst ne nicht entweder Axt dum 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 so ey was soll ich mit dem Scheiß hier will der nicht ist Shader noch zu drauf oder dass die Bäume beim Pferd fangen oder so für die eins zum zwei gibt's da auch schon Shader ähm müssten mittlerweile rausgekommen so ein Bucket hat mein Video zurückgeladen deswegen ist Optimus scheiß Lund brauch ich auch nicht hier scheiß Pfeile auch nicht ich hab schon mal Forge probiert aber das ist Pfeile für Pfeile so weggehen ich nehm erstmal rutsches Dreck auf so also sind ich bin die Müll schluckerin wer hat Müll wer hat Müll wer hat Müll jetzt auf ja wir warten okay dann gehen wir mal weiter ich nehm mal die Kohle aus dem Boden mit Puzzi warte auf mich das ist doch die Öfen und die Ecke ich hab also ich nehm die Öfen und das Zeug auch immer mit so ich auch gut oh Arlojenchen komm nicht hinterher ein Kühnchen ich hab schon mal drei Kisten was für ein Pfeile also mit was für ein Pfeile mit dem Spax ähm Pfeile ich auch ich spiel mit Equanimity Equanimity keiner wieder teils ich hab gar kein Tektorback drin aber ich möchte mir wieder Mini Doku holen die ist aber für 1.7.2 ne ist doch egal 7.2.2 zu den 4 kann man auch nur 7.2 auf ups könnte jemand kurz bei mir bleiben ich muss kurz was machen ja ja ich steh den dir das ist der Sommertexturepack ja ich bin mit Absicht jetzt mal von dem Herr Sommertexturepack raus ja der arbeitet ja dran ich hab ja ich auch weil ich das schon zu lange hatte geht mir nicht anders ich komm ich kann es einfach nicht mehr sehen seitdem ich jetzt angefangen habe habe ich mit dem Herr Sommertexturepack gespielt und mhm gah ich benutze es ich benutze es eigentlich nur für meine Adventure mit dem ich im Moment baue ich sehe wie die aussieht also heilig ich glaub es ja heilig 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 der Sommertexturepack äh Wutzi äh das war eingetötet aber das war nicht wahrscheinlich voll du spielst jetzt das meins ach da da ist ja ich hatte nicht genug Zeug hier ich sammle es für dich auf nimm es für dich mit wo seid ihr wo seid ihr hallo hi hallo le das ist mehr aber hier der geht ja nicht um tschau 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 sie um wohnen noch scher dann gehen wir nämlich mal da nach hinten nämlich ein bisschen im Flach das Gebiet wo man dann vielleicht auch Schaaf finden hier sind die hast du eine map oder was habe ich den Minimap drin habe ich auch drin habe ich vorher noch habe ich vorher noch kurz installiert ich spiele nicht mit Minimap ist doch echt praktisch, gerade noch viel zu wiest, aber hier immer bei Hexit und Hackett also ich finde die ich kann ohne die Minimap hier ich finde die Hexit Minimap so, ich frage dich nicht du wartet auch nicht wo seid ihr? ach da ist Luke da ist Buzzi warum bleibt so, Hühnchen umdrehen ich bin doch schon länger hergekommen ich sehe euch irgendwie nicht mehr, wo seid ihr? hier Hilfe bin bei Buzzi hier äh, welche Konjunkturen seid ihr? 414 lege wie Sau ja geht um 14 minus 425 542 Stichwort auch gerne ich bin schon mal ah da ist die Buzzi und ein Hühnchen hier ich will das Ei haben ich will das Ei haben nein ab hier rein zurück 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 ja aber geht mit mir oder was? ja aber das war jetzt hier sonst ich schieße euch alle jetzt mit nochmal her willst du mich nicht springen? wenn ich doch nicht zurück ich brauche einen Bogen ich habe einen Bogen ich sehe ihn hier nicht ne dann bleibt doch mal stehen ich bin aus den Eingangern wo du aus der Höhle rausgekommen bist boah ich lege immer wieder so ja ein bisschen höher äh ich hab nur auf ey mach mal bitte vor 5 Minuten PvP an ich kriege jetzt eine ha jetzt nicht jetzt nicht sorry ja du hast einfach 10 Aspekte ja ich habe ein Schaf hast du ein Schaf gefunden ah jetzt nicht um den Arm ich habe ein ein Wolle ein einziges Wolle ja zweiten Bogen der halb kaputt ist aber ja dann geht man mit ich bin ich gut dann bin ich gut ich habe ein Wolle ich habe Kürbisse machen wir da hinten noch mehr Eisen mhm ihr seid wieder runtergekommen haha runtergelaufen wow 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 will jemand kürbisse wow 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 du Arschpinne oh kackt du Arschpinne mhm ja super jetzt habe ich keine Kohle ha ich finde besser sooo au ah ah hier ist Höhle oh kackt jetzt sehe ich euch nicht mehr irgendwas ich glaube hier geht es noch richtig tief rein in der Höhle ich finde euch nicht mehr die Höhle ähm lädt bei mir hin und hier ich seh dich warte das ist fast wie Hecken ich seh lauter Erze okay nicht lustig so nimm mal den so nimm mal den das kürzt schon fast im Hecken gehört irgendein Weg runter ja der ist falsch ich geh irgendwo runter und der ist falsch ja guck mal wie findest du meinen Kopf hab ich mich nicht hübsch geschminkt ja was warte guck mal her guck mal her wie kommt man eigentlich auf den Namen Eurotica ja frag mich nicht und das ist der Account von meinem Kumpel das sieht man ja gar nix ich weiß es nicht seid ihr jetzt wieder raus gegangen oder seid ihr noch hier in der Höhle ich bin noch draußen Blackbeet ja guck mal hab ich mich nicht hübschminkt ich hab dich vorher schon gesehen du sollst mich nicht ablecken aber das schmeckt so nach Kürbis das schmeckt so nach Kürbis das schmeckt so nach Kürbis jetzt nicht mehr jetzt schmeck ich nach Eurotica hört sich an wie Medikament ja hören sie mich schon ein Medikament von dem man noch kranker wird also wahrscheinlich Antidepressiva oder sowas Eurotica das Neue lasst ihn in Ruhe lasst ihn auch in Ruhe Eurotica ja die Stimme das ist gut das ist gut Eurotica wow 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 Creeper aus da ist Lava nein das gefällt mir nicht yay Lava los los ich geh baden gebt doch jemand mit euch mit baden ich hasse Lava yay ich will baden gehen wo ist ein Butzi eigentlich ich spann hier rum bau Kohle ab Butzi flitzt wie ne flitze fliege was auch immer wo seid ihr rum flitze fliege ich tue hier Kohle abbauen soviel es geht das ist der fucker im Arsch Eurotica nenn mir ne aah scheiße da auch ne Saula aber bitte oh mein gott das das Minensystem das Minensystem hier unten ne ja cool ihr seid schon viel zu weit wieder gegangen das ist das was ich eigentlich nicht wollte oh mein gott das ist eine spinne die hängt fest ich mag quasi spinn nicht ich mag spinn nicht ich mag spinn nicht wo seid ihr also ich geh jetzt wieder mal zurück das ist gut wenn ihr da mal ein bisschen laufen würdet he ich bin jetzt in dem Buschensystem hier keine Ahnung wo ihr seid ich bin bei Damikus hier ist ne der aber fette Spalte ich bin bei minus 2 also hier ist Luke hier 543 und Höhe FM 43 ich spreng so und ab hier runter au hä wartet mal wartet mal genau da ich komm zu dir seht ihr meinen Namen? warte mal ich komm zu dir Minensystem au nein einfach runter au übrigens da sind ganz viele Creeper ich seh's und das sieht aus nach einer Spalte aus guck ganz viel ich bin hier gerade in einer Spalte du hast doch nicht so viel ich bin hier in einer Spalte du hast doch nicht so viel oh mein Gott ah hilf 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 ich bin hier in einer Brennenden Spalte nein fuck nein 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 laddante oh man ich hatte Eisen ich hab' auch Eisenhund ich hab' auch Eisenhund oh mein Gott zu Glück hab' ich Deathpoint an ähm ich nicht ja ich muss 400 Meter laufen hey ich hab's nein ich hab's nein Spinsporno oder so ja dann machen weg ja da kann man zu Notwolle draus machen ne auch Sänger mit Feen deswegen ja mit Beschwerdchen und die ganzen Feen weg ich hab Angst solange es jetzt keine Skipsspinnen sind ich hab Angst ich hab Angst das ist eine Mannschaft das sind normalerweise keine Spiders könnte jemand zu mir kommen ich hab Angst mein Schwert ist kaputt ich suche euch gerade ich hab euch jetzt leider verloren wow oh ich hab ne Pferderöster gefunden was für n geil das du haben was für ein ist denn das eiserne wow läufst du dich sein ja oh ey du verkackst das Arschgummel hier ach du bist verschossen ich glaub's hakt gib's auch die Fresse hier ich sehe ähm ich glaub ich sie Sachsen oder so Mann Bruder ich sehe überhaupt keine Namen aber auf jeden Fall jemanden gesehen ich hab' ich weiß ich brauch' noch 200 Blöcke dann bin ich bei euch das war noch gar nicht Mann Hau doch ab ich bin hier in ner großen Spalte in ner großen Spalte in ner lavarechen Spalte ja